In Schleswig-Holstein wird weiterhin über ein Nikab-Verbot für den Hochschulbereich diskutiert. Dabei haben sich jedoch die Mehrheit der dazu befragten Institutionen gegen ein solches Verbot ausgesprochen und darunter lassen sich wirklich bemerkenswerte Standpunkte finden. Bei einer schriftlichen Anhörung des Landtages äußerte sich zum Beispiel der Landesfrauenrat wie folgt. Frauen werden durch ein Verbot davon abgehalten, ihr Recht auf Bildung wahrzunehmen. Zudem steht es unserer Gesellschaft nicht zu, darüber zu urteilen, ob Frauen sich freiwillig für die Vollverschleierung entschieden haben. Eine weltoffene Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, Lebensentwürfe zu tolerieren, sofern sie nicht gegen das Gesetz verstoßen. Und hinzu kommt noch, dass ebenso der Antidiskriminierungsverband richtigerweise zu bedenken gab, Zitat, Und auch damit noch nicht genug, geliebte Muslime. Die Diversitätsbeauftragte der Kieler Universität spricht berechtigterweise sogar davon, dass ein Verbot des Nikab sogar ein Musterbeispiel für eine Mehrfachdiskriminierung sei und dass das verborgene Verlangen hinter dieser Verbotsforderung oder anders gesagt, dass das Verlangen, Frauen zum Entblößen ihres Gesichtes zu zwingen, ein Sinnbild von kolonial rassistischer und patriarchaler Othering-Prozessen sei, die ja sogar einen direkten Bezug zur kolonialen Vergangenheit Europas aufwiesen. Alles Standpunkte und Argumente also, welche sich die Verbotsbefürworter wie eine Seyran Ateş oder etwa die Alevitsche Gemeinde einmal gehöre, könnte die Ohren schreiben müssen, bevor sie auch nur irgendetwas zu diesem Thema sagen. Wir sehen, geliebte Muslime, abseits der Reihen der Islamhasser und einigen aufgestachtelten Bürgern existieren also sehr wohl noch Stimmen der Vernunft, welche das politische Spiel und die Narrative hinter solchen Verbotsforderungen erkennen und sich dagegen positionieren. Nicht etwa, weil diese Personen unbedingt dem Islam positiv zugeneigt sind, nein, sondern einfach aus der Tatsache heraus, dass solche Verbotsmaßnahmen auch mit einem Bruch mit den eigentlichen Werten dieser Gesellschaft einhergehen. Gehrte Geschwister, und genau das, genau diese Tatsache muss von uns Muslimen auch weiterhin aktiv in das öffentliche Bewusstsein getragen werden. Denn umso mehr wir der Gesellschaft aufzeigen, dass wir mit einer drohenden Wertediktatur konfrontiert sind und dass diese Wertediktatur zugleich mit einem Bruch der gesellschaftlichen Werte einhergehen muss, umso mehr Augen werden sich öffnen, Inshallah, und umso mehr können wir auch einen Zuspruch für unsere Position als Minderheit hierzulande mit eigenen Werten erwarten.